Ich bin Yannick, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hamburg, Poppenbüttel. Das ist im nordischen Norden von Hamburg. Was man beim Modeln viel mitbekommt, ist die ganze Medienszene eigentlich. Man lernt ein Kamerateam kennen und man lernt, wie Fotografie funktioniert, der ganze Weg dahin. In meiner Freizeit spiele ich sehr intensiv Schlagzeug in einer Band und ich investiere viel Zeit darin. Es macht unfassbar viel Spaß, Musik aufzunehmen und Auftritte zu machen auf der Bühne. Wenn man ein paar Minuten lang spielt und das Publikum jubelt einen zu, dann bekommt man ein richtig gutes Gefühl dafür und man lebt sich richtig ein und möchte am liebsten nicht mehr weggehen. Und genauso ist es beim Foto machen.